Moin moin, mein Name ist Handelsstelllöwe, ja, und das war gerade ein Tonproblem, Entschuldigung. So, ich bin die Schwarmkönigin und, ähm, ja, heute geht's weiter mit den Tyrannien, mit den Symbionten, mit den Genstealern. Und ja, wir kämpfen jetzt wohl gegen die Dark Angels, das heißt, es geht zeitlich weiter und bevor wir weitermachen, hier haben wir die Truppenverteilung, der lädt jetzt wieder, komisch, okay, ich glaube nämlich, genau, ich habe den schon ausgewählt, den Bulwark, äh, Bulwark, Miasma, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, wenn ich den falsch ausspreche, kleine Info in den Kommentaren. So, was haben wir hier für Karten? Minus Nahkampf für Terminator, Ziele auf einen Terminator bis zum nächsten Zug, man hat einen Löffel weniger. Klingt doch nice, komm her, komm her, komm her, oder warte, nein, jetzt bin ich ganz rausgegangen, das wollte ich gar nicht. Was hat denn eine andere jetzt für Karten? Umwandlungsphase, erhalte zwei Plips zum Platzieren, okay, und auf heilsam, klingt gut, sind aber scheiß Plips gewesen, glaube ich, und ziehe zwei neue Karten. Oh, das könnte vielleicht brauchbar sein. So, jetzt haben wir keine DNA mehr, das ist unser neuer Miasma-Geomorph, der grüne Säurespucker, und jetzt geht's. Centuries nach den Ultramarinen, die Forsaken Dome, die Forsaken Dome, aus dem Warpfen, in einer Zone of Space, betrothed bei den Kriegern des ersten Chapters, die Dark Angels. Die Proud-Fighters von der Deathwing-Company, verletzten die Kolossal-Wreck, in der Hoffnung, zu finden, alten Enemies zu bringen zur Justizung. Aber sie machten ein grave, Taktical-Mistake, indem sie verletzten ihre Forces, ein Mistake, Tja, selber schuld. Ich hoffe, wir kriegen den Symbiarch auch noch. Egal. Der taktische Blick liefert zusätzliche Informationen. Ja, das habe aber nicht die Tyraniden. Den taktischen Blick. Müssten eigentlich auch irgendwie einen Vorteil haben, weil sie ja miteinander kommunizieren können. War das nicht so, wenn sie in... Oder ich glaube, das war im Spiel. Komm, das ist ein... Ist lange her. So! Da haben wir den schön, so. Ja. Nee. Es ist gesagt, dass die Sons des Lion kamen, um die kennengelernt zu suchen, als die Fallen, die langen, verletzten Traorinnen zu ihrem Kapitel. Aber in der Verlust, die Dark Angels, haben nur Genestealer-Geschäuerts, hiding in the shadowed spaces of the Derelict. Assaulted by hordes of Xenos swarming from all directions, the Astartes vowed to destroy the Space Hulk in the hope of triumphing against almost impossible odds. But as they fought their way toward the site of an Orkish ammunition dump wherein they would plant a destructive charge, they stumbled upon the corpses of the long-dead Ultramarines. Okay. Das ist doch nicht schlimm. Und dann nur Ultramarines. Schließen sofort raus, dass es Genstealer sein könnten? Gibt es im ganzen Universum nicht nur andere Viecher? Nein, es sind Genstealer! Yeha! Vielleicht waren es Absorber-Schwärme, Venatoren, Carnifexe, was es nicht alles noch gab. Oder andere Aliens. Das ist ja nicht wie bei Star Wars, wo nur... Naja gut, bei Star Wars kommen immer neue Aliens dazu, aber die haben... Aber wir sind immer nur im Hintergrund. Und die kommen in der Hauptrolle. Und wenn sie mal in der Hauptrolle waren, kommen sie nie wieder. Äh... So ungefähr. So! Die Farbe gefällt mir, aber ich glaube die Dark Angels, bei den normalen Marines, waren das auch die Kuttenträger, oder? Fand ich so ein bisschen lächerlich. So eine Mischung aus mittelalterlichen Kloster, München und Marines. Wenn das die Dark Angels waren. Ich glaube die Deathwing... Weiß nicht, ob das jetzt nur ein Ableger der Dark Angels waren. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Mir haben diese... Wie gesagt, diese Kuttenträger und die Marines haben mir nicht gefallen. Ähm... Ja. Ist aber wie Geschmackssache. Das... Bei den ganzen Orden von den Space Marines gibt es für jeden was. Also es ist jetzt nicht so, dass es ähm... da nicht für jeden was geben würde. Ähm... Hier gehen wir dann mal... Kommt volles Fund. Da mal hin. Ziele. Tötet alle gegnerischen Einheiten. Zerstöre sechs markierte Objekte. Was meint er mit sechs Objekten? Da müssen die hin wahrscheinlich. Die Marines. Und das sind jetzt die Leichen und das sind Pilze. Soll ich jetzt die Pilze und die Leichen irgendwie kaputt machen? Okay. Ja gut, dann machen wir das doch. Hm... Können wir noch eine Karte ziehen? Können wir nicht. Schade, dann weiter. So, jetzt könnten wir vielleicht noch eine Karte umwandeln. Was machen wir auch? Zug des Gegners. Ach komm, der Gegner braucht keinen Zug. Upsala. War zugegeben. Wollen wir, das ist ja gleich da vorne. Wollt ihr mich verarschen? Ah, darum haben wir wahrscheinlich von diesen Viechern schon welche da stehen. Damit wir sie gleich töten können. Nee, macht ja keinen Sinn. Spucken die doch vielleicht Säure? Und können die irgendwie unter... Weiß ich nicht, zurückweichen? Oder können wir da Felder mit Säuche belegen? Ja, mit Säuche, mit Säure. Ja, können wir Felder kaputt machen? Was ist der Vorteil von denen? Habe ich das gerade vorhin weggeklickt? Oder... Warte mal, machen wir gleich. Warte mal. Erstmal brauchen wir Truppen, 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 Truppen. Ähm, Truppen, 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 Truppen. Von oben. Wir wollen erstmal... Die oberen werde ich einfach mal... zu den... Punktern hinlaufen lassen. Und die unteren sollen sie ein bisschen beschäftigen. So, so meine Idee. Machen wir auf da. Laufen, laufen, laufen. Sesam, öffne dich. Und... Weiter. Auch hier Sesam, öffne dich. Und dann mehr können wir nicht. Ähm... Da wird bestimmt noch ein, zwei Felder laufen. Das heißt... Wir gehen bis hier. So, und dann bist du inaktiv. Dann sind wir hier oben schon mal fertig. Gehen wir mal hier hin und gucken, was die nächste Runde machen. Dementsprechend wird er... sich irgendwo hinstellen. Er steht ziemlich scheiße. Denn er braucht sich ja nur bewegen. Und ist dann quasi tot. Dann kann er sich hinter mal... die Tür öffnen. Wenn mal weiter... Mach auch da mal die Tür auf. Oh, bleib mal hier in der Nähe. Du bist... Du bist ja schon quasi da. So. Dann haben wir die. Ja, du darfst gerne inaktiv sein. Mal volles Fund. Zeig dein Gesicht. Damit ich den anderen auch gleich irgendwo hinpacken kann. Nämlich genau da in die Ecke. Wunderbar. Das ist ja mit der schweren Waffe. Vielleicht macht er ja den Fehler und geht dann quasi hier lang. Aber er weiß ja, dass wir hier sind. So, wir haben noch einen. Da hin. So, hurra, hurra. Der Symbiont ist da. Ja, mach mal die Tür auf. Das ist eine gute Idee. Kommen wir da schon mal durch. Oh, wir kriegen die Kamera bewegen. Habe ich ganz vergessen. Bidu, bidu. Du, bidu, bidu. Wir lassen es einfach mal so. Und ja, ich glaube, wir haben alles bewegt. Wir haben nirgendwo neue Rekruten. Alles bewegt. Alles gut. Weiter. Ah, ich glaube, der ist doch zu nah dran. Scheiße. Sergeant sieht ihn. Nein. Oh Gott. Fuck you. Oh. Der ist vorhin weggeklickt. Hat noch einen gekillt. Alter, auf dieser Distanz? Mit meinen Marines hätte ich da nie gekillt. Nee. Mit normalen Marines hätte ich da hinten nicht gekillt. Also fickt euch dermaßen, Alter. So, die Plasma-Kanone muss in jedem Zug abkühlen. Wenn sie mehrmals in einem Zug gefeuert wurde, könnte sie explodieren. Okay, der hat eine Plasma-Kanone. Was habe ich jetzt gemacht? Warte mal. Was habe ich jetzt gemacht? Umwandlungsphase. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Ich verstehe gerade nicht, was ich gemacht habe. Neue Umwandlungsphase. Ah, warte mal. Abbruch, Abbruch. Was habe ich da gemacht? Warum habe ich diese Ansicht? Was habe ich gedrückt? Ah. Was bringt uns diese Ansicht? Also, die haben auch eine Ansicht. Aber genau wie bei den Space Marines. Aber ich finde die jetzt nicht so sinnig. Aber ist gut. Okay. Wir haben eine andere Ansicht. Okay. So. Wir haben da quasi schon zwei verloren. Das ist voll scheiße. Und da hätten wir vorhin noch einen rausholen können. Okay. Dann mal schnell dahin. Tür öffnen. Und rein da. So. Und die werden gleich aufgeklärt. Weil wir in Sichtrichtung der Space Marines sind. Der nächste kommt quasi hier hin. Aber mal gleich einen rein. So. Mehr haben wir da um die Ecke. Keinen Platz. Dann würde ich das da auch lassen. Ah ja. Wir müssen noch die ganzen anderen Scheißsachen kaputt machen. So. Das heißt. Ich glaube der Vorteil von diesen Viechern ist, dass sie irgendwie. Ja. Ich glaube die machen da Säure. Wenn sie sterben. Und dann war das glaube ich. Mal kurz scrollen. Okay. Sie verdoppeln dann die Bewegungsreichweite. Das heißt. Wenn er zwei braucht, braucht er dann vier. Um dieses Feld vorzugehen. Ist jetzt nicht so der Hit. Aber. Naja. Wir hätten mal hier welche kommen lassen sollen. Ach ja. Ich kann ja nur einmal umwandeln. Machen wir gleich nochmal. Damit wir mal hier ein bisschen was kaputt kriegen. Ah ja. Die können wir auch bewegen. Warum ist der kaputt? Hä? Das raffe ich jetzt nicht. Warum ist der kaputt? Er hat den kaputt geschossen. Konnte er darauf zielen? Ohne Sackkratte. Machen wir mal den Pilzmarkt kaputt. So. Jetzt haben wir da ein bisschen was verseucht. Ja. Hoffentlich deckt das uns. Können die Tür zumachen. Lassen wir sie mal offen. Ach so. Er hat in der Plasma-Kanone hier wahrscheinlich irgendwie rangebombst. Wir haben es ja nicht gesehen. Er hat die Tür wahrscheinlich kaputt gemacht. Und der war zu nah dran. Weil das wahrscheinlich so in der Schablone läuft oder so. Oder halt in so einem Radius war. Vom einen Feld. Und wahrscheinlich deswegen verreckt ist. Jetzt wollte ich mal gucken. Wir haben einen Pilz zerstört. Aber wird nicht angezeigt. Ob es das eins der Objekte war. Die wir kaputt machen sollen. Na gut. Wir brauchen mehr. Mehr Leute. Gucken. Ach. Ist auch schon weg das Säurefältchen. Toll. Da ist er natürlich. Hammer. Gut gemacht. Und das war jetzt der einzige Vorteil dieser Viecher? Hm. Eher ein Witz. War das Zwei-Plasma, Leute? Oh ja. Doppel-Plasma. Einmal reicht euch nicht, ja? Scheiße. Wenn der jetzt auch hier die nächste Mal diese Tür öffnet mit Plasma. Und der eine ist tot. Scheiße. Ich hätte es nicht umstellen sollen. Wenn hier noch einer gestanden hätte, hätten wir jetzt 1, 2, 3, 4, ach. Hätten wir ihn vielleicht töten können. Den Zweier packen wir nochmal hier hin. Und machen wir das Objekt kaputt. Dreh dich doch einfach. Hallo, da ist das Objekt. Du bist doch quasi dagegen. Er kann irgendwie nicht treffen. Hm. Oh, gut. Lusche. Oh, wir kommen ran. Nein. Wir haben nur 6. Wir haben nur 6. Scheiße. Ich mach's trotzdem für den nochmal. Schatz. Ah, das wird nix. Das wird nichts. Das ist doch schon mal Mist. Ja. Das ist doch schon mal Mist. Das ist doch ein Marine. Das soll ich jetzt noch kaputt machen, oder? So, warte mal ganz kurz. Leichnam. Ja, und? Was soll ich jetzt machen? Den Leichnam kriege ich irgendwie nicht kaputt. Ah, der hat's jetzt hingekriegt, sich da hinzudrehen und das kaputt zu schlagen. Okay. Wird als Leichnam deklariert. Ich kann aber da nix machen. Was für ein Scheiß. Ja gut, dann bist du inactive. Super, hast den Pilz kaputt gemacht. Du bist ja der Hammerkerl ever. Ähm. Ich renne einfach trotzdem ran. Sollen sie ihn beschießen? So. Ich hab neue Truppen geholt. Ne. Hab ich glaub ich schon. Tja. Er blockiert. Das heißt, ich mach dich als inaktiv. Komm, er hat ja auch mal einen Pilz kaputt. Hast du teuer gemacht. So, wir zurück. Oh, inaktiv. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ich versuch da jetzt durchzulaufen. Eins. Haha, Delta. Voll die Killer-Marines. Also, die, die ich hatte in der Kampagne bisher, haben auf diese Distanz als normale Marine irgendwie eine Wahrscheinlichkeit von 30% gehabt. Gerade auf diese Reichweite. Hinten wahrscheinlich noch schlechter. Wir haben erst auf dieser kurzen Distanz besser geschossen. Aber da hinten, voll die Killer. Gut. Das sieht nicht schlecht aus, weil auch hier gleich alles weggemäht wird. Ich hoffe, einer kommt da wenigstens durch. Gucken wir mal. Sie können ja eigentlich nicht durch den Marine schießen. Ja, oder er geht jetzt einfach geradeaus zur Tür. Und der andere Sergeant dreht sich in diese Richtung. Dann bin ich gefickt. Gucken wir mal, was die KI macht. Sergeant zuerst. Okay, Sergeant geht zur Tür. Sergeant öffnet die Tür. Sergeant kann hoffentlich nicht mehr gehen und nicht mehr schießen. Er hat aber zwei AP-Punke. Nein, nimmt er nochmal. Ah, der Sergeant verschießt. Der beste Ever-Kerl, ja. Der verschießt. So. Und, scheiße. Äh. Fuck. Alter. Fuck you. Fuck you. So. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll. Weil, ähm. Der geht jetzt einfach hier. Zwei, vier. Und wird die alle niederknallen. Also, ich hab keine Chance. Die übelsten Arschkrampen. Ja, ihr scheiß Milwins. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Ah, da ist jetzt so keine Reichweite. Ach. Mal hinten noch was. Oh ja, hinten noch was. Na, die könnten vielleicht in der nächsten Runde rankommen. Einer von den Zweiten. Na, jetzt kommt die schöne Frage. Was machen wir hier? So. Wenn ich ihn näher hier empacke, dann hat er jetzt zwei Chancen. Oder noch besser. Oh, keiner. Ey, die schießen zu gut. Ich mach mal folgendes. Ich mach mal Angsthasentaktik. Ähm. Ich schieß mal so. Dann mach mal inaktiv. Du kannst dich nicht bewegen. Kann er doch. So, hast du was gemacht? Inaktiv. Ja, dann gucken wir mal, was die KI macht. Der Sergeant geht nach vorne und der andere schwere Waffe wird mir den Gang hier kaputt machen. Definitiv. So, zwei. Was? Zerstört nur... Mit Gehen nur ein AP? Eine Gehen noch mal zwei, oder nicht? Ja, scheiß Wichser. Na ja, hat den Gang freigemacht. Ja, konnte mit den Gang. Und der macht den Gang sauber. Ui! Hat der gerade... Ist hier keine Leiche, aber... Ah, hat der wohl daneben geschossen. Okay. Schwänze, ihr kleinen... Arschlöcher. So! Er hat jeden Zug nur vier Aktionspunkte. Seine Widerstandsfähigkeit schützt... Ja, und wo ist der? Danke für die Information. Wie krieg ich den? Kann ich irgendwie... einen umwandeln? Bei mir wäre es neu, dass ich den hätte. Ja, jetzt geht's gleich ins Massensterben. So. Gucken wir mal. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Erstmal versuche ich jetzt hier... die schwere Waffe rauszuholen. Okay, wir kommen hin. Oh, kam durch. Äh, hab ich jetzt nicht gedacht. Dann weiter. Dann inaktiv. Okay, das... Ähm... Stimmt, er hat... Er hatte keine Punkte mehr wahrscheinlich, um halt hier den Bereich zu bewachen. Oder musste nachladen. Gut. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier einen Sergeant. Und, ähm... Ja. Irgendwie müssen wir ran. Der hat einen guten Fokus oder so. Und, ja. Gucken. Gut. Ja. Gut. Den Sergeant haben wir uns doch irgendwie rausgemogelt. Äh... Können wir uns den nächsten noch mit schnappen? Alter, geil! Ha, ha! Super! Super! Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen übermütig hier. Und, ach komm. Soll der doch sterben. So. Wenn er da durchgeht, hat er natürlich jetzt eine Runde weniger Chance, da durchzukommen. So. Einen schicke ich da hin. Nee, du hast keine Chance. Du bleibst einfach inaktiv, mein Süßer. Ah, gut. Dann hier nochmal hin. So. Jetzt inaktiv. Und ich... Ja, da steht schon einer. So, und dich hätte ich jetzt auch gerne inaktiv. Ach komm. Wie werden wir da schon einen stehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Dann packe ich. Entschuldigung. Doch da hin. Inaktiv. Komm. Hat gerade gut geklappt. Ich hätte es nicht gedacht. Ach, hier haben wir auch noch einen. Ähm. Ja. Kümmern wir uns nochmal um den Leichnam. Leichnam. Ja, wie kriege ich dich da hin? Das war Rundebänden. Scheiße. Wie kriege ich denn die Leichname weg? Das habe ich jetzt noch nicht gerafft. Wenn ihr es wisst, bitte ab in die Kommentare. Das würde mich echt mal... Äh, ja. Das ist ein Aktionspunktkost... Oh, jetzt mal gucken. Er hat noch bestimmt... Ey, wie viele Punkte hat diese Sack? Ja, er hat es noch Punkte ausgegeben. Wahrscheinlich, dass er es machen kann. Jetzt hat er sich schräg hingestellt. Warum? Hat der Pilz kaputt geschossen? Gut. Überraschung. Hi. Uncle... Onkel... Doc Marine. So, wir platzieren neue Plips. So, kriegen wir jetzt aus denen hier was geiles, oder was? Nee, das ist ein scheiß normaler. Das muss ich mir echt nochmal irgendwie durchlesen, wie ich da nochmal an andere... Ähm... Ja. Symbionten rankomme. Ob das einfach nur Zufall ist? Ob ich hier irgendwas falsch mache, was ich in der Mechanik noch nicht verstanden habe in diesem Spiel? Würde mich interessieren. Weil diesen Bulwark, den hatten wir ja einmal gespielt, aber da hatten wir in der Runde, hatten wir noch nicht viel mit ihm zu tun. Ähm... Ich hab ihn ja versucht eher am Leben zu behalten. Und... Ja. Weil ich glaub, jetzt können wir uns die locker weg snacken, ne? Hallo? Surprise! Zack, zack, zack! Schöne Bilder, schöne Bilder. Schön hochgesprungen. Nein, brauchst du nicht. Tja. Er hat's verstanden. Onkel Doktor hat keine Chance mehr. Ähm, die Runde fing doch nicht so toll an, wie ich's dachte. Also... Aber wir haben's irgendwie noch hingeschissen gekriegt. Also, dass wir das irgendwie noch hier reißen. Denn jetzt, äh, können wir hier schnitzeln. Schnitzel den Onkel Doktor auf. Ah, er hat's abgewehrt. Nochmal schnitzeln. Nice! Hm, 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 hm. Ja. Ja, Katze. Jetzt haben wir die Runde erfolgreich beendet. Und, Katze, ich kann mich um dich kümmern. Hm? Meine kleine Tyranide. Hm? So. Nur 200 DNA. Ja, diese markierten sechs Objekte, ne? Also, leckt mich am Arsch. Hm? Ja, Katze. Wie hätten wir da das machen sollen? Das hätte mich interessiert, weil die Leichname... Ich hab ja ein, zwei Runden versucht, da in irgendeinem Leichname ja irgendwie was zu machen, aber... Irgendwie lief das nicht. Keine Ahnung. Ach, kämpfen noch nicht. Die sterben nur. So. Hm, hm, hm. Und wieder mal ein bisschen getötet. Es lebe der Schwarm. Geben wir mal die Truppenverteilung. Truppverteilung. Ach, geht. So, haben wir noch irgendwie Punkte? Was haben wir denn hier? Die Karte hätte ich gern. Ziehe neue Karte, äh, zwei neue Karten. Aber da haben wir auch hier so ein Symbol, dass wir drei Plips kriegen und das will ich schon haben. Kann ich das haben? Hallo? So, Doppelklick, Enter. Hm, dann nicht woraus. Gut, dann lassen wir das. Ähm, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren. Aber auch einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auch gerne liken, wie ihr wollt. Wenn ich was falsch ausgesprochen habe. Oder ihr noch irgendwelche coolen Informationen zu den Tyraniden habt. Und Space Hulk, dann ab in die Kommentare. Ich, äh, mich würde es sehr interessieren. Die Katze interessiert es auch. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.